Große Dinge beginnen manchmal im Kleinen, beginnen zu keimen, zu wachsen. Ganz behutsam, ganz achtsam, in einem Moment zum Verweilen. Ein Moment beginnt hier vor Ort, beginnt mit einem Lächeln, beginnt mit einem Wort, beginnt bei den Wurzeln, durch die ein Baum sicher steht, beginnt dank Tradition und Vertrauen und Stabilität. Inspiration beginnt mit dem Öffnen der Augen, mit dem Horizont Weiten, mit dem tiefen Vertrauen in Menschen und Träume und neue Ideen, beginnt Zukunft zu denken und die Welt neu zu sehen. Mut beginnt mit jedem Schritt vor die Haustür, den wir zögerlich gehen, beginnt mit Engagement, mit dem wir für unsere Ideale einstehen, beginnt mit einer neuen Richtung, in die wir uns wagen, sie bringt Innovationen zum Blühen und dazu Früchte zu tragen. Im Herzen der Altmark, mit dem Blick auf die Welt, die Zukunft erbauen, Visionen erdenken und in Gemeinschaft zu vertrauen. Gemeinschaft beginnt mit beständiger Vielfältigkeit. Sie ist Augenhöhe und Nachhaltigkeit. Gemeinschaft ist wie ein Fluss, immer im Wandel und doch auch immer gleich. Sie ist stark, denn sie bedeutet Zusammenhalt. Gemeinschaft heißt Rückhalt an stürmischen Tagen und Ansporn, die ersten Schritte zu wagen. Gemeinschaft heißt Momente zu teilen und zusammen zu genießen, heißt anzukommen und das Leben zu lieben. Gemeinschaft ist Rückenwind für deine Träume und Ziele. Denn was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Freunden mit dem channelen von Rückenwind für die Träume und Ziele. Das ist die Rückenwind für den Parkes und Ziele. Die Träume, die sich über den Parkes und Ziele zu machen. Wir müssen nachdenken, die es entspann. Du bist jetzt hier dritt.